Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. Herzlich willkommen bei kontrafunk aktuell, wünscht Andreas Peter. Wir sprechen heute mit dem Journalisten Philippe Dibion von der Schwäbischen Zeitung, der den AfD-Bundesparteitag vom Wochenende in Essen vor Ort beobachtet hat. Wir unterhalten uns mit unserer USA-Korrespondentin Susanne Heger über die Reaktionen und mögliche Konsequenzen aus dem ersten TV-Duell zwischen US-Präsident Joe Biden und Ex-Präsident Donald Trump. Wir reden mit dem Associate Professor für Neutralitätsstudien an der Universität Kyoto, Pascal Lotta über die Behauptung des Spiegel, wonach Japan das gleiche Schicksal drohe wie der Ukraine. Und Frank Warlich kommentiert seine gespenstischen Erlebnisse auf Berliner Demonstrationen und dortige gespenstische Beschuldigungen und Beschimpfungen seiner Person durch selbsternannte Nazi-Jäger. Sie hören Kontrafunk aktuell. Am vergangenen Wochenende erlebte die nordrhein-westfälische Großstadt Essen den 15. Bundesparteitag der Alternative für Deutschland AfD. Die Stadtverwaltung versuchte eine Weile den Parteitag zu verhindern, indem sie die Grugerhalle nicht an die AfD vermieten wollte. Als ein Gericht, das fast schon erwartungsgemäß vereitelte, verlegte sich die Stadt darauf, es den Delegierten so ungemütlich wie möglich zu machen. Ihr seid hier nicht willkommen, verkündete etwa Oberbürgermeister Thomas Kufen von der CDU und wirkte dann als Mitorganisator von Protesten. Und die kamen auch zu Tausenden. Aber es waren auch radikalisierte Demonstranten dabei, die versuchten, die AfD-Delegierten nicht ins Tagungsgebäude zu lassen, um so die Beschlussfähigkeit des Parteitages zu sabotieren. Nur durch entschlossenen Einsatz der Polizei konnten die Delegierten in die Halle. Demonstranten gingen mit brutaler Gewalt gegen die Polizei vor, nicht alle, aber einige, und verletzten mehrere Beamte. Die AfD demonstrierte in der Halle währenddessen ungewohnte Geschlossenheit und Disziplin. Hat die AfD also ihre Pflegephase überwunden und wie weit darf demokratischer Protest gehen? Über dies und anderes wollen wir uns jetzt austauschen mit dem Journalisten Philippe de Bion, der seit einem Vierteljahrhundert für diverse Medienhäuser im Nachrichtenjournalismus arbeitet und in Essen vor Ort war und ist. Herzlich willkommen, Herr de Bion. Herzlich willkommen. Hat der Protest gegen den AfD-Parteitag am Wochenende den Boden des Grundgesetzes verlassen, jedenfalls teilweise? Oder ist es legitim, den Parteitag einer legalen politischen Partei verhindern zu wollen, damit diese gegen Auflagen des Parteiengesetzes und des Vereinsrechts verstößt, ohne eigenes Verschulden wohlgemerkt? Ich sag mal so, grundsätzlich finde ich es schon legitim, dass jeder gegen alles protestieren darf, was er nicht gut findet. Ob man das jetzt im speziellen Fall richtig findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn jemand sich in Deutschland auf die Straße stellen möchte und kundtun möchte, dass er was auch immer nicht gut findet, finde ich das per se erstmal richtig. Hat im Fall Essen ein CDU-Oberbürgermeister versucht, eigene parteipolitische Ziele zu verfolgen, also sein Amt missbraucht? Wie sehen Sie das? Ach, ich sehe das mal so, dass er dem Druck der Straße nachgegeben hat. Es ist ja in diesen Zeiten so, man ist entweder dafür oder man ist dagegen. Die Grautöne gibt es nicht mehr oder nicht mehr häufig und das war in dem Fall auch so. Ich glaube, er hat das tatsächlich aus politischem Kalkül gemacht, um sich danach nicht anhören zu müssen von den links-grünen Teilen dieser Gesellschaft. Er würde gemeinsame Sache mit der AfD machen und wahrscheinlich hätte ein Fernbleiben und ein Nicht-Unterstützen der Proteste schon ausgereicht, um ihm zu unterstellen, er würde gemeinsame Sache machen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, sicherlich ist die AfD eine politische Konkurrenz für die CDU und das wissen die bei der CDU. Wie haben die Delegierten das eigentlich wahrgenommen in der Halle? Wie ist das aufgenommen worden? Mit Gelassenheit oder hat man sich da auch empört darüber? Über die Teilnahme der CDU? Nee, ganz, ganz grundsätzlich der Proteste, aber auch eben des Bürgermeisters, ganz klar. Es war auf jeden Fall niemand überrascht. So, war dieses Mal ja sehr groß in den Medien, dass es die Proteste gegen den Bundesparteitag gibt. Aber egal mit welchen Delegierten der AfD ich vor Ort gesprochen habe, die sagen, wir sind das gewohnt und zwar seit Jahren. Egal wo wir hinkommen, es wird immer gegen uns protestiert und zwar auch schon immer von CDU und Co. Also überrascht war da niemand. Allerdings waren die Leute da auch schon sehr, ja, von der Heftigkeit der Proteste, das war schon für viele Menschen eine neue Qualität. Auch für Menschen, die das schon länger kennen, dass da wirklich teils mit körperlicher Gewalt vorgegangen wurde. Und zwar nicht nur von, ich sag mal, schwarzen Block, Antifa-Linksautonomen, sondern auch von, in Anführungszeichen, ganz normalen Menschen. Es gab einen AfD-Abgeordneten, der wurde quasi in einen Backshop gejagt, wurde dann da nicht mehr rausgelassen. Die Polizei hatte wirklich Probleme, die Leute daran zu hindern, in diesen Backshop irgendwie einzudringen. Das war wirklich eine brenzlige Situation. Da war die Fähre von Herrn Habeck nichts dagegen. Das muss man einfach mal so knallert sagen. Teilweise mussten die Abgeordneten über Metallzäune steigen. Dann gab es in Anführungszeichen berühmte Video, wie Frau Storch quasi aus dem Gebüsch kommt und rennt, wo sich alle drüber lustig gemacht haben. Das war aber überhaupt nicht lustig. Und auch die Personenschützer vor Ort fanden das nicht lustig. Und Frau von Storch ist schneller gelaufen, weil ihr das so gesagt worden ist. Los, 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 schnell zum Auto. Also das waren schon brenzlige Situationen. Und da gab es ganz, ganz viele dieser Situationen. Es sind ja auch andere Menschen angegangen worden, nicht nur AfD-Abgeordnete. Was ist darunter zu verstehen? Ganz normale Passanten, Zuschauer oder auch Journalisten wie Sie? Also beweislich kann ich Ihnen sagen, dass es auch Journalisten gab, die attackiert wurden. Mit einem von denen reden sie gerade. Es sind Gruppen der Gegendemonstranten rumgelaufen, haben sich benommen wie Straßenmilizen, haben gefragt, wenn man quasi zur Grugerhalle, dem Veranstaltungsort des Bundesparteitags, gehen wollte, wer man ist und wo man hin will. Haben sich einem im Weg gestellt. Ich persönlich habe dann gesagt, ja, ich möchte da hin und ich bin Journalist. So, und wollte weitergehen. Dann wurde von mir verlangt, dass ich meinen Presseausweis vorzeigen solle. Ansonsten dürfe ich da nicht hin. Jetzt hätte ich das natürlich machen können. Ich sehe es aber nicht ein, dass ich irgendwelchen dahergelaufenen Straßenmilitionären selbsternannten mich ausweisen muss, damit die entscheiden dürfen, wo, wann, wie und über was ich berichte. Habe ich gesagt, ich mache das nicht. Wofin mir erklärt worden ist, dann würde ich jetzt Probleme bekommen. Und dann wurde in Richtung dem schwarzen Block gerufen, hier, da ist noch einer von der AfD. Da waren natürlich auch eine Menge irgendwie gut behelmte Polizisten und es ist nicht komplett durcheskaliert, um es mal so auszudrücken. Aber es war schon eine sehr, sehr neue Qualität, dass mein Journalist angefeindet wird. Das habe ich in 25 Jahren Berlin und ganz vielen 1. Mai-Demos alles schon mitbekommen. Aber diese Qualität habe ich so noch nicht mitbekommen. Ja, etwas später erzählte ich das dann natürlich im Journalistenpulg. Presseräumlichkeit in meinem Parteitag kam das natürlich auch zum Thema. Ja, und dann erzählte eine Kollegin von der Zeit, die ja nun sicherlich kein rechtskonservatives Medium ist, erzählte dann auch davon, dass sie mit mehreren Kollegen, unter anderem vom Deutschlandfunk, denen sei genau dasselbe passiert. Daraufhin wurden sie umringt, beschimpft, bebrüllt und tatsächlich auch körperlich angegriffen. Ich habe dann eine der Kolleginnen vom Öffentlich-Rechtlichen später sie gefragt, wie brenzlig das wirklich war. Und sie sagte mir wortwörtlich, ja, also die Polizei hat uns da rausgekloppt. Und das ist schon eine neue Qualität. Und das halte ich auch für sehr, sehr, sehr bedenklich. Glauben Sie, dass diese Vorkommnisse noch ein Nachspiel haben werden? Also, dass man darüber auch nochmal bundespolitisch, landespolitisch diskutieren wird? Dass die Polizei dann nochmal, wie soll ich sagen, Manöverkritik kommen lässt und sagen wird oder Maßnahmen fordert, wie politische Veranstaltungen dieser Art besser demokratisch abgesichert werden können? Also, ich weiß nicht, ob die Polizei in diesem Fall wirklich der richtige Ansprechpartner dafür ist, weil die Polizei hat einen guten Job gemacht. Also, die haben alles aufgefahren, was sie hatten. Die waren immer schnell vor Ort. Die haben auch sehr rigoros durchgegriffen und haben unterm Strich ja auch dafür gesorgt, dass es nicht eskaliert ist. Es gab ungefähr 30 verletzte Polizisten, Stand jetzt. Das ist schlimm für jeden einzelnen verletzten Polizisten, aber es ist trotzdem eine verhältnismäßig geringe Zahl, wenn man sich anguckt, dass hier ein Gewaltpotenzial eigentlich rumgelaufen ist. Und das spricht dafür, dass die Polizei es eigentlich schon im Griff hatte. Und ja, die haben halt ihren Job gemacht. Und inwiefern die jetzt die richtige Behörde dafür sein soll, die sagt, was darf man und was darf man nicht. Ich glaube, das ist eine politisch entscheidende Polizei, muss sie durchsetzen. Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte war ja die Gremienwahl oder die Wahl der Spitzenfunktionäre. Da war vorher gemutmaßt worden, Tino Chrupalla, einer der beiden Vorsitzenden, würde in einer Art Palastrevolte zum Opfer fallen. Er hat dann letztlich ein deutlich besseres Ergebnis als seine Co-Vorsitzende Alice Weidel eingefahren. Sind das die ersten Vorzeichen, dass die ostdeutschen Landesverbände innerhalb der AfD eine zukünftige Macht darstellen werden und sich Ränkespiele westdeutscher Landesverbände nicht mehr länger gefallen lassen? Ja, da muss man zunächst mal sagen, Palastrevolution und Chrupalla wackelt und so weiter. Ja, das stand in vielen Medien. Inwiefern das aber tatsächlich vorher so war, das ist eine ganz andere Frage. Chrupalla selber war weitaus weniger besorgt, als es im Spiegel oder in anderen Medien stand. Ich glaube, da ist tatsächlich auch etwas ein Stück weit konstruiert worden. Und das Ergebnis hat das ja dann letztlich auch bestätigt. Ich kann 82, irgendwas Prozent, das ist deutlich mehr als er erwartet hat. Aber wirklich überrascht, dass es wieder die Doppelspitze gibt und dass es wieder eine sehr, sehr hohe Zustimmung für das Duo Weidel-Chrupalla gibt. Also überrascht war davon letztlich auf dem Parteitag niemand. Und was das andere angeht, ja, also man konnte das allgemein ein bisschen, feststellen, jetzt nicht nur der Unterschied Ost- und Westlandesverbände, aber man hat so ein bisschen Gefühl, dass die Partei langsam erwachsen geworden ist und dass die Leute auch merken, dass diese ganzen innerparteilichen Querelen und diese Kampfkandidaturen und was immer so dazwischen kommt, dass das letztlich mehr schadet. Und die Selbstoptimierung einzelner Delegierter, die es ja in der Vergangenheit relativ häufig gab, ich glaube, da hat der Großteil der AfD einfach keine Lust mehr drauf, weil sie merken, dass es im Endeffekt der gesamten Partei schadet. Das ist so das, was man da so durchgehört hat und auch gemerkt hat. Hat das dann auch eine Fehlwahrnehmung oder eine Art Fehldarstellung gegeben bezüglich der beiden Spitzenkandidaten für das EU-Parlament, Büstron und Krar? Wenn man also die klassischen Medien verfolgt hat, konnte man den Eindruck gewinnen, da wurde mehr oder weniger abgerechnet oder schmutzige Wäsche gewaschen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ist das Tischtuch wirklich zerschnitten oder wird nach den Landtagswahlen der Tisch neu gedeckt? Wie war die Stimmung unter den Delegierten? Spielten die Personalie Büstron und Krar überhaupt die Rolle, wie Medien behauptet haben? Also Krar selber war ja nicht da und das waren dem Verneben auch alle Anwesenden sehr zufrieden damit, dass der Kollege Krar nicht mehr vor Ort war. Bei der jungen Alternative, das sind ja Krar-Unterstützer, die haben auch Aufkleber verteilt. Maximilian Krar hat nichts Falsches gesagt, aber ich sag mal bei den erwachsenen AfD-Delegierten, da waren dem Verneben auch alle sehr froh, dass Krar jetzt quasi Geschichte ist. Und ich glaube auch nicht, dass sich das nochmal ändern wird. Die andere Personalie, die immer wieder, wenn es um AfD und Zusammenkünfte auf Bundesebene der AfD geht, ist natürlich Björn Höcke. Wie haben Sie das registriert? Hat er dort eine maßgebliche Rolle gespielt? Ist die Personalie Björn Höcke für die AfD so wichtig, wie sie für bestimmte Medien ist? So wie ich das gesehen habe, ist Höcke fertig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sag mal, dieses Provokante und dieses nach vorne und Kampfgeist und so weiter und so fort. Davon war jetzt eigentlich nichts mehr zu spüren. Der ist da sehr, sehr müde und kraftlos rumgelaufen. Die Journalisten haben sich auch nicht mehr wirklich für Höcke interessiert. Das hat man auch gemerkt. Das hätte ich anders erwartet, muss ich sagen. Aber ich glaube tatsächlich, nachdem er teilt, dass die Ära Höcke letztlich vorbei ist. Also der hat da eine wirklich sehr untergeordnete Rolle gespielt. Was man ja auch in der Berichterstattung sieht, wenn man sich anguckt, wie in den letzten ein, zwei Tagen berichtet worden ist. Höcke kommt da zwar auch mal vor, aber ich glaube nicht, dass er noch das wie auch immer bewertete Aushängeschild dieser Partei ist. Deutschland ist ja, also jedenfalls nehme ich das so wahr. Sie können mich ja im Zweifel wirklich korrigieren. Für mich ist aber Deutschland, was die Akzeptanz rechtskonservativer, rechtsnationaler Parteien angeht, immer noch ein Sonderfall in der EU. Denn in praktisch allen anderen Unionsstaaten sind Parteien seit Jahrzehnten völlig normal, die teilweise durchaus wirklich weit rechts stehen. Die Masse der Wähler aber ist deshalb nicht in Panik verfallen. Holt Deutschland mit der AfD jetzt etwas eigentlich Normales, was das Parteienspektrum angeht, nach? Oder ist die AfD tatsächlich, wie tagtäglich uns erzählt wird, eine Gefahr für die Demokratie und ein Sonderfall? Es gibt sicherlich Teile in der AfD, die fragwürdig sind. Das muss man schon so sagen. Das ist aber meiner Meinung nach nicht der große Teil der AfD. Also gerade was die junge Alternative angeht, was ich da auch jetzt gesehen habe, das ist schon wirklich grenzwertig, muss man so sagen. Aber wenn man jetzt in Richtung Parteiführung guckt, gerade was Ruppal angeht, gerade was Frau Weidel angeht, Also da sehe ich keine Gefahr für eine Demokratie. Und mal unabhängig von meiner persönlichen Meinung, die letztlich irrelevant ist, die AfD gehört zum deutschen Parteien-Spektrum dazu. Das ist so. Das ist keine Modeerscheinung, keine Ausnahmentscheinung. Diese Partei hat sie etabliert. Und solange sie nicht verboten wird, wird sich daran auch nichts mehr ändern. Und das ist ganz einfach eine Tatsache, mit der sich auch die schärfsten Kritiker, denke ich, einfach mal mit realem Blick finden sollten. Diese Partei ist da. Diese Partei hat einen sehr stabilen Wählerstamm. In den Ostländern ist sie die stärkste Kraft. Wer ein bisschen Ahnung von Ostdeutschland hat, weiß auch, warum das so ist und dass sich da auch nichts ändern wird auf kommende Zeit. Das letzte große war ja BSW, Wagenknecht. Versinkt damit die AfD in der Versenkung? Nein, das ist nicht passiert. Also die AfD ist da und die wird bleiben. In Essen fand am Wochenende der Bundesparteitag der AfD statt. Wir haben uns darüber unterhalten, über die Vorgänge drinnen und draußen, mit dem Journalisten Philippe Debion, der schon sehr lange für diverse Medienhäuser arbeitet, aktuell für die Schwäbische Zeitung und den Nordkorea und in Essen vor Ort war, wo wir ihn auch erreicht haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Debion. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sie hören Kontrafunk aktuell. Unser Kollege Philippe Debion hat gerade seine Erlebnisse geschildert, wie selbsternannte linke, selbstredend antifaschistische Milizen am Rande des AfD-Bundesparteitages in Essen Presseausweise kontrollieren und den Zugang von Journalisten zum Parteitag reglementieren wollten und dabei in einer Weise semifaschistisch auftraten, die ihnen selbst gar nicht mehr bewusst ist. Auch unser Kollege Frank Warlich hat derartige Selbstanmaßung von vermeintlichen Rettern von Demokratie und Freiheit in Berlin erlebt und empört sich in seinem Kommentar über diese Blockwarte unserer Tage. Das Gesicht der jungen Frau hinter der Sonnenbrille, unter der schwarzen Maske, fünf Zentimeter vor meinem Gesicht. Nazi raus, Nazi raus, laut im Stakkato immer wieder. Ich bin kein Nazi, sagte ich verblüfft, was einem so einfällt, wenn die Antifa vor einem steht und schreit. Wir kennen dein Gesicht. Du schreibst für die faschistische Junge Freiheit Nazi raus. Berlin Mitte, Rosenthaler Platz, unweit der jüdischen Schule, Mahnwache für die israelischen Opfer der Hamas. Die Polizei bildet eine Kette zur Straße. Der Zug der Palästinenser sollte da vorüberziehen. In Berlin gibt es fast täglich diese Umzüge. In drei Reihen schützt die Polizei die Mahnwache vor den aufgebrachten arabischen jungen Demonstranten. Die jungen Männer schwenken die Fahne Palästinas, schreien Genozid und Apartheid und drohen. Steine und Flaschen sind auf solchen erlaubten Demos geflogen. Die sind gekommen, um zu bleiben. Ohne die Polizisten würden Migranten die Grenzen des Zusammenlebens neu ziehen und das Zusammenleben neu aushandeln. Für Juden und Israelis wäre kein Raum mehr. Um eine Ahnung davon zu bekommen, wie nah dieses Land bereits am Bürgerkrieg ist, genügt es, sich eine Demo anzusehen. Berlin ist eine Bildungsreise wert. Dass kein Platz für Judenhass ist, das ist eine Phrase der Politiker. Ein Mann mittleren Alters hat eine nagelneue Israel-Fahne dabei. Die Faltnähte sind deutlich zu sehen. Solidarität frisch aus dem Zellophanbeutel. Wir hielten die Fahne gemeinsam, redeten miteinander. Ein Typ mit Megafon sagte, ein Nazi sei unter uns Demonstranten, der solle sich abmachen. Wer für die faschistische Junge Freiheit schreibt, sei Nazi, sagt die junge Frau. Sie wüssten es genau, hätten mich gegoogelt. Die Junge Freiheit, das ist ein konservatives Blatt, so angesehen, dass meine früheren Chefs, die Intendanten des Südwestrundfunks, dort Interviews geben. Peter Voss und Kai Kniffke sind keine Nazis. Für den Südwestrundfunk war ich politischer Korrespondent. Kontrafunk, meine neue journalistische Heimat, hat ebenfalls keine faschistischen Ambitionen. Nazi ist beleidigend, aber keine Beleidigung. Inzwischen habe ich mich selbst gegoogelt. Google weiß vieles von mir, aber nichts davon deutet auf eine Nähe zu Nazis hin. Ich schreibe nicht für die Junge Freiheit, sage ich. Die Frau schreit weiter im Staccato, dicht vor meinem Gesicht. Meine Kinder sprechen Hebräisch, sage ich, gingen aufs jüdische Gymnasium. Meine Freunde tragen Kippa. Ihre Eltern haben die Nazi-Herrschaft überlebt. Eine weitere junge Frau mit Sonnenbrille und Maske, im Alter meiner Tochter, ist dazugekommen. Und nun schreien zwei Masken. Nazi, Nazi raus, Nazi. Ich versuche zu argumentieren, ein Nazi auf einer Israel-Mahnwache. Merkt ihr was? Habt ihr eine Idee, wofür Nazi steht? Für über eine Million jüdische Kinder, die getötet wurden. Wer Nazi ist, bestimmen die jungen Frauen von der Antifa, hinter den Sonnenbrillen und den schwarzen Masken. Der Mann, mit dem ich eben noch die Israel-Fahne gemeinsam gehalten habe, zupft mir das Tuch aus der Hand und zuckt mit den Schultern. Geschichte wiederholt sich als Fars. Aus der zweiten Reihe drängt sich ein junger Mann vor. Ich kenne den, sagt er, und deutet auf mich. Der hat zugegeben, ein Faschist zu sein. Mir hat er gesagt, er arbeitet für den Kontrafunk und die junge Freiheit. Ich habe den Kampf um meine Person, um meine Reputation, um die Wahrheit jetzt und hier verloren. So geht betreutes Demonstrieren. Keiner hat geholfen. Die schreienden jungen Frauen drängen mich aus der Mahnwache. Die Pro-Israel-Demonstranten haben alle zugeschaut, wie einer weggeschickt wird. Noch auf der Straße waren die Nazi-Nazi-Rufe zu hören. Lass dich nur nicht wieder blicken, wir kennen dich. Passanten schauten, guck, so sieht ein Nazi aus. Mein Name auf dem Klingelschild ist abgeklebt. Grenzen werden von Migranten unter Antifa neu gezogen. Berlin ist kein Ort, wo sich Nazis sicher fühlen können, auch wenn sie keine sind. Dieses Land verändert sich, der Frechere bestimmt die Regeln des Zusammenlebens. Frank Warlich kommentierte. Sie hören Kontrafunk aktuell. Am vergangenen Donnerstag trafen US-Präsident Joe Biden und sein Amtsvorgänger Donald Trump in einem Studio des Fernsehsenders CNN zu einem Rededuell aufeinander. Nach allem, was man bislang dazu in Erfahrung bringen konnte, war das Streitgespräch zu diesem Zeitpunkt mit den ausgehandelten Regularien der ausdrückliche Wunsch des Teams um Joe Biden. Er wollte mit diesem Auftritt unter Beweis stellen, dass er der richtige Kandidat für eine erneute Amtszeit sei. Allen Gerüchten um seine physische und psychische Gesundheit zum Trotz. Doch die 90 Minuten gerieten, man muss es so sagen, zu einem Desaster. Das ist nicht nur die frohlockende Einschätzung des Teams um Donald Trump oder der Republikaner. Selbst wohlmeinende Beobachter waren entsetzt über das Bild, das Joe Biden vermittelte. Ganz offen sind jetzt Forderungen im Umlauf bei den Demokraten. Joe Biden auf keinen Fall zu ihrem neuen Präsidentschaftskandidaten zu küren. Von regelrechter Panik ist die Rede. Wir wollen das jetzt erörtern mit unserer Kontrafunk-Korrespondentin in den USA, Susanne Heger. Hallo Frau Heger. Hallo nach Deutschland. Frau Heger, bedurfte es wirklich erst dieses TV-Auftrittes, der teilweise körperlich wehtat vom Losen zugucken, um die Demokraten endlich aufzurütteln, dass sie de facto Trump ins Oval Office geleiten, wenn sie weiter an Biden festhalten? Ich glaube, dass man das alles gar nicht mehr so sagen kann. Es sind ja jetzt schon irgendwie fünf Tage ins Land gezogen seit diesem Duell. Und es hat sich komplett gedreht. Also während die Demokraten direkt nach dem Duell, hier in den USA lief es am Donnerstag, in Deutschland am Freitag, direkt anschließend war man erschüttert. Ob man erschüttert war, weil man es das erste Mal gesehen hat, oder ob man erschüttert war, weil man gedacht hat, so ein Mist, jetzt haben die Wähler es auch gesehen, weiß ich im Moment nicht. Aber es hat sich bereits am Freitag alles gedreht. Ich habe den ganzen Tag CNN geschaut, weil ich wissen wollte, wie gehen die Demokraten damit um. CNN ist ja ein demokratenfreundlicher Sender. Und während es am Morgen noch quasi dieses Chaos nach einem völligen Totalverlust war, war es mittags bereits wieder. Auch so schlecht ist er gar nicht. Nachmittags war es, wir stehen zu ihm. Und abends war es erst der beste Präsident, den wir jemals hatten. Ist das CNN ein armer Einzelfall oder gibt es diese Entwicklung auch bei anderen reichweitenstarken Medien? Diese Entwicklung gibt es auf jeden Fall bei den Politikern. Es gibt mittlerweile immer mehr Journalisten. Dazu gehört die Washington Post, dazu gehört die Times. Die Times hat jetzt ein Großtitelbild gebracht, einfach ein roter Hintergrund und ein Biden, der rechts am Bildrand aus dem Bild läuft. Es ist schon so, dass da noch darüber gesprochen wird, so geht es nicht. Es ist auch so, dass die Bevölkerung, wo immer jetzt Biden auftritt, stehen Menschen am Rande und heben Schilder hoch, auf denen steht, wir lieben dich, aber bitte, es ist Zeit zu gehen. Aber die Politiker, die versammeln sich wieder hinter Biden. Die sagen wieder, ja, kann immer mal passieren, war ein schwacher Moment, er war erkältet und so weiter. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ist das blanker Selbstschutz? Also weil man weiß, dass wenn Biden fällt, die auch fallen? Also ich glaube, dass allen klar geworden ist, dass sie jetzt Probleme auch haben werden, ihn zu ersetzen. Wer soll es denn jetzt machen? Wie soll es denn weitergehen? Ich meine, man kann ja nicht einfach, nachdem die ganzen Vorwahlen abgelaufen sind und Biden in diesen Vorwahlen gewählt wurde, kann man ja jetzt nicht einfach sagen, er muss gehen. Das kann man nur dann, wenn er selber das sagt. Und hier ist das große Problem, Biden will nicht gehen. Biden ist der festen Überzeugung, er kann Trump besiegen. Und seine Frau Jill überzeugt ihn davon noch viel mehr. Wer ihn am nächsten Tag direkt nach dem Desaster beim Duell gesehen hat, da war er bei einer Rallye in, ich glaube, es war North Carolina, er hat ja übers Wochenende mehrere Rallyes gemacht. Seine Frau stand da, hat ihn angejubelt. Direkt nach dem Duell hat seine Frau zu ihm gesagt, wie ein Lehrer, wie ein Grundschullehrer, Joe, das hast du toll gemacht, du hast alle Fragen beantwortet. Seine Frau steht voll hinter ihm, seine Frau pusht ihn und auch er selber will es. Und wenn man den Leuten glaubt, die direkten Kontakt zu ihm haben, den Journalisten, ich habe jetzt sehr viel gelesen übers Wochenende, ist er ein sehr sturer, zum Teil aggressiver Mensch, der wirklich glaubt, er ist derjenige, der Trump besiegen kann. Und ohne dass Biden zurücktritt, wird es nicht funktionieren, ihn abzusetzen. Dann müsste Kamala Harris eine Eingebung bei der Regierung machen, also im Kabinett, müsste sagen, ich persönlich will jetzt, dass Joe Biden abgesetzt wird und alle Kabinettsmitglieder müssten dafür stimmen. Nur so könnte er abgesetzt werden. Das will niemand. Es gibt also auch keinen Demokraten von Rang, auf den man im Zweifel nationsweit hören würde, der sagt, wir müssen hier was tun. Und selbst wenn es hinter vorgehaltener Hand wäre. Obama hat sich ja schon dahingehend geäußert, dass er gesagt hat, ja, ich war auch in meinem Duell gegen Mitt Romney nicht so gut. Also das kann passieren und solche Ausfälle gibt es und wir sind alles nur Menschen. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Was sollen die Demokraten jetzt machen? Eineinhalb Monate haben sie noch. Am 19. August ist der Parteitag der Demokraten. Es kann sein, dass sie bis zum 7. August einen Kandidat nominiert haben müssen, der mit einer virtuellen Wahl gewählt wird, weil es noch nicht so ganz klar ist, ob man in Ohio auch auf die Wahlzettel kommt, wenn man nicht bis zum 7. August den Kandidaten nominiert hat. Da werden gerade noch Gesetze geschliffen. Also es muss innerhalb von einem Monat ein Kandidat gefunden, aufgebaut und finanziert werden. Und wir sind hier bei der Finanzierung. Die Spenden, die Joe Biden bekommen hat, können nicht einfach auf einen anderen Kandidaten übertragen werden. Das heißt, dieser Kandidat müsste bei Null anfangen. Daran wird zurzeit ganz sicher im Hintergrund gearbeitet. Es wird ganz sicher versucht, irgendwo Geld zu holen für, ob es jetzt Gavin Newsom ist, ob es jetzt hier in Michigan Gretchen Whitmer ist, ob es J.B. Pritzker ist, Josh Shapiro, Roy Cooper, die Namen, die ins Feld geführt werden, ob es vielleicht Hillary oder Michelle Obama. Man muss das Geld jetzt kriegen. Obama könnte auf jeden Fall Geld bekommen, aber das Geld, was für Joe Biden auf die Beine gestellt wurde, kann nicht einfach jemand anderem gegeben werden. Also es sind große Probleme, die hinter den Kulissen gerade gelöst werden müssen. Und es kann tatsächlich sein, dass die Demokraten mit Joe Biden ins Rennen gehen. Ein zweites TV-Duell ist ja geplant. Wird es das aus Ihrer Sicht geben? Zurzeit definitiv ja. Es ist für den 10. September geplant. Biden hat bereits gesagt, dass er das machen wird. Trump sowieso. Es ist geplant. Wir werden sehen. Gibt es, ist Ihnen das bekannt geworden, Vorwürfe an die beiden Moderatoren, dass die eventuell mit dran schuld gewesen seien, dieses Duell zu versemmeln im Sinne von Joe Biden? Nein, das habe ich nicht gehört. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass man sich gefragt hat, warum die nicht insistiert haben, dass die Fragen beantwortet werden. Das war ja, also muss man sagen, gerade Trump hat wenig geantwortet. Er hat immer wieder seine eigenen Themen aufgebracht. Joe Biden hat geantwortet, aber zum Teil falsch geantwortet. Zum Teil hat man auch echt nicht verstanden, was er geantwortet hat. Ich glaube, die Moderatoren hätten nicht viel ändern können. Die Regeln waren auch klar. Sie konnten ja nicht reingrätschen in der Antwort. Sie haben versucht, nachzuhaken. Es war bei den beiden Kandidaten schwierig. Gibt es so etwas wie eine ethische Diskussion unter Journalisten, dass man sagt, wir dürfen einfach nicht alles machen, was wir können, selbst wenn der Markt in Anführungszeichen das so möchte oder die Protagonisten das so möchten. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber einem Ethos, wie immer man das benennen will. Tatsächlich scheint das aufzukommen. Ich lese jetzt gerade die letzten Tage bewusst, fast ausschließlich demokratische Medien, weil ich gerne wissen möchte, wie gehen die Demokraten jetzt damit um. Und es gibt tatsächlich viele, die jetzt schreiben, wir können nichts so weitermachen. Das geht nicht. Wir können diesen Mann nicht mehr nehmen. Er hat zwar eine super Arbeit geleistet, er ist der beste Präsident, der jemals in einer Saison da war. Dieses ganze Hochloben mit gleichzeitig dem Weg zur Tür weisen. Und auch über sich selbst nachdenken und auch reflektieren, haben wir was falsch gemacht. Es kommt tatsächlich. Ich wundere mich, ich freue mich. Ich bin gespannt, ob das irgendwelche Folgen hat oder ob das genauso schnell wieder umschlagen wird, wie es bei den Politikern umschlagen wird, die mittlerweile auch sich wieder um Biden herumsammeln. Wir hatten uns ja vorige Woche über die Optionen unterhalten, im Vorfeld des TV-Duells, Joe Biden halbwegs fit und vital aussehen zu lassen. Offenbar ist die Trickkiste des medizinischen Teams, um den Präsidenten entweder leer oder man hatte zu große Bedenken, stärkere Geschütze aufzufahren oder er ist tatsächlich ernsthaft krank gewesen, also erkältet gewesen, sodass man das nicht machen konnte. Was denken Sie? Ernsthaft erkältet war er nicht. Am nächsten Tag wirkte er komplett anders. Er war am nächsten Morgen bereits bei einer Rallye in North Carolina, also einem Wahlkampfauftritt, wirkte fit, hatte aber auch zwei Teleprompter vor sich und hat im Prinzip abgelesen. Das kann er noch mehr oder weniger gut in den meisten Fällen. Manchmal liest er die Teleprompter Anweisungen mit, nach dem Motto, schauen Sie jetzt nach rechts oder wie auch immer, aber egal. Das kann er noch wirklich ganz gut, wirkt dabei auch recht kraftvoll. Ich glaube, das große Problem für Joe Biden, der war übertrainiert. Die haben eine Woche lang versucht, alles in ihn reinzustopfen an Wissen und das hat er versucht, in zwei Minuten wieder aus seinem Kopf rauszulassen. Und die ganz große Frage, die man sich stellen sollte, warum war es überhaupt nötig, einen Präsidenten eine Woche lang zu coachen? Hätte er nicht viel von den Dingen wissen müssen als regierender Präsident? Gibt es Debatten innerhalb der Republikaner, dass man Donald Trump, wie soll ich sagen, beglückwünscht oder aber, dass man auch zu erkennen gibt, wir sollten hier nicht übermütig werden? Eigentlich haben wir allen Grund, genauso skeptisch zu werden über unseren Kandidaten. Also bei den Republikanern ist es zurzeit nur, die Demokraten können Joe Biden, Creepy Joe, Sleepy Joe, was haben sie da nur für einen unmöglichen Kandidaten? Also bei den Republikanern ist ganz klar, wir haben das Duell gewonnen. Haben sie auch? Ist überhaupt gar keine Frage. Also Trump war der Sieger des Duells. Und es gibt bei den Republikanern keinerlei Zweifel an der Kandidatur von Trump. Keinerlei Zweifel, die es nicht bereits in den letzten Monaten gab. Die Demokraten sind ja durchaus auch dafür bekannt, ich will jetzt nicht sagen, Graswurzelbewegungen zu haben, aber alleine, wenn man sieht, wie intensiv und bemerkenswert alleine die Kandidatur von Bernie Sanders unterstützt wurde, mit Kleinstbeträgen, was da wirklich aufgeboten wurde, wie viele Menschen sich da engagiert haben. Gibt es keine Bewegung an der Basis, der demokratischen Basis, die sagt, also mit uns könnt ihr das nicht machen. Wir können diesen Mann ernsthaft nicht, nicht weil wir ihn nicht mögen oder weil er ein Verbrecher ist oder weiß der Teufel was. Aber das Duell hat gezeigt, wir machen uns vor der Welt lächerlich mit diesen Kandidaten. Gibt es das oder ist das zu erwarten? Das Problem ist ganz einfach, das Wahlsystem gibt das nicht her. Wenn Joe Biden nicht freiwillig abtritt und wenn Kamala Harris nicht das Kabinett anruft und sagt, ich möchte, dass er abgesetzt wird, dann gibt es für die 3894 Delegierten beim Parteitag gar keine große Wahl. Sie sind dahin geschickt worden aufgrund der Primaries in den Staaten und dort wurde Joe Biden bestätigt. Das heißt, diese Delegierten sind mehr oder weniger verpflichtet, ihn zu wählen. Also das ganze Wahlsystem ist nicht darauf vorbereitet, dass man so kurzfristig sieht, oh Gott, der kann eigentlich gar nicht. Man muss sich fragen, wie kann es sein, dass er überhaupt angetreten ist und wie kann es sein, dass man ihn hat antreten lassen. Jetzt kann man ohne sein Zutun oder ohne das Zutun von Kamala Harris nicht mehr viel ändern. Wir werden das weiter beobachten. Wir müssen das weiter beobachten. In den USA hat nach dem ersten TV-Duell zwischen Präsident Joe Biden und seinem Amtsvorgänger Donald Trump die Debattefahrt aufgenommen, ob Joe Biden wirklich der richtige Präsidentschaftskandidat für die Demokraten ist oder nicht, ob man an ihm festhält oder ob man die Notbremse ziehen kann oder muss. Wir waren im Gespräch mit unserer USA-Korrespondentin Susanne Heger. Vielen Dank dafür. Gerne doch. Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit Russland im Februar 2022 die Ukraine überfallen hat, diskutieren westliche Politiker und Medien die Möglichkeit, dass China die als abtrünnige Provinz angesehene Insel Taiwan angreifen könnten, dass Russland die baltischen Staaten und Polen überfallen könnte und so weiter. Der russische Präsident Wladimir Putin hat diese Gedankenspiele jüngst als Bullshit abqualifiziert. Das Nachrichtmagazin Der Spiegel wiederum veröffentlichte vor wenigen Tagen ein Interview mit dem japanischen Militäranalytiker Yuko Izumi, das die Hamburger Blattmacher mit der hysterischen Überschrift versahen. Droht Japan das gleiche Schicksal wie der Ukraine, Herr Koizumi? Wir wollen diese Frage jetzt einem anderen in Japan lebenden und arbeitenden Experten stellen, den Associate Professor für Neutralitätsstudien an der Universität Kyoto, Pascal Lotter. Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell, Herr Lotter. Schönen guten Tag. Also, Herr Lotter, Butter bei die Fische. Droht Japan das gleiche Schicksal wie der Ukraine? Nein, das ist eine absolut dumme Schlagzeile. Es geht wahrscheinlich dem Spiegel wirklich nur darum, noch irgendwie Klicks zu generieren. Sogar wenn man das Interview liest, sagt eigentlich Herr Yuko Izumi, dass man von so einem Szenario überhaupt nicht auszugehen braucht. Und im Moment hat Russland wahrscheinlich nicht nur null, sondern negativen Appetit, noch irgendwie eine zweite Front im Osten aufzumachen. Also, dass man das Gefühl hat, dass Japan hier von Russland überfallen werden könnte, ist so etwas von weltfremd, dass ich es eigentlich gar nicht anders quittieren kann, als mit den Worten, die sie von Wladimir Putin zitiert haben. Ist es dann eventuell der Versuch, wie soll ich sagen, es ist ja bekannt, dass die NATO ein Bündnis mit Japan schließen will. Mehr oder weniger wird befürchtet, dass die NATO sich in Richtung Asien oder Richtung Japan ausbreiten will. Ist das so ein Alibi-Versuch, irgendeinen Grund herzuziehen, um sagen zu können, Japan ist bedroht, wir müssen mithilfe der NATO Japan verteidigen? Ich glaube nicht. Ich halte das wirklich nur für eine dumme Idee, für eine Schlagzeile vom Spiegel. Also, Japan wird von Russland nicht bedroht. Japan hat auch in seinen ganzen Verteidigungsstrategien eigentlich Russland wird erwähnt als ein aggressiver Staat. Aber es ist ganz klar, dass Japan sich vor allem um Nordkorea sorgt und in zweiter Linie um China, aber auch nicht direkt sich vor China fürchtet, sondern am allermeisten Angst hat vor einer Eskalation des Konfliktes zwischen den USA und China und dass Japan in dieser Eskalation in einen Krieg hineingezogen werden könnte. Ein Krieg um Taiwan wäre natürlich vor Japan verheerend. Und das ist ein echtes Sicherheitsbedürfnis der Japaner, das zu verhindern. Und auf der anderen Seite dann Nordkorea, das immer wieder Raketen testet und diese auch schon über japanisches Gebiet geschossen hat. Und Japan hat kürzlich auch seine Verteidigungsstrategie geändert mit Hinblick auf Nordkorea. Aber Japan ist es noch nie um Russland gegangen. Also ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass man jetzt hier versucht, etwas herbeizuziehen, sondern wirklich nur, dass dem Spiegel nichts mehr Besseres in den Sinn kommt. Bleiben wir trotzdem noch mal einen Moment bei dieser Annahme, dass Russland tatsächlich so blöd wäre, so muss ich es mal formulieren, ein, zwei Frontenkrieg aufzumachen. Wäre Japan überhaupt in der Lage, militärisch eine russische Invasion abzuwehren? Ja. Also man muss sich ja Japan nur mal auf einer Landkarte anschauen. Also das sind tausende von Inseln, die vier größten, sind alle viele hunderte Kilometer weit weg von Russland. Also die Russen müssten damit Schiffen aufwahren und versuchen, also es ist einfach weltfremd. Die Idee, dass Russland Japan überfallen und einmarschieren könnte, ist weltfremd. Es gibt einige Inseln im Norden, im hohen Norden, überall von Hokkaido, die ganz am Schluss des Zweiten Weltkrieges von Russland noch annektiert wurden und auf die heute Japan noch immer Ansprüche erhebt und wo es einen territorialen Konflikt mit den Russen gibt. Also dieser Konflikt ist gemanagt und diese Inseln sind unter russischer Kontrolle seit bald 80 Jahren und die anderen Inseln, Japan, sind vom Meer geschützt, sind von den japanischen Seestreitkräften geschützt. Dass Russland in der Ukraine einmarschieren könnte, hat zum grössten Teil damit zu tun, dass es einfach eine riesengroße, eine flache Landgrenze war. Die Idee, dass man auf einer Insel so einfach einmarschieren kann, ist, wie gesagt, einfach weltfremd. Vor allem, wenn man schon einen Krieg im Osten führt, einen recht großen Krieg, der viele der Ressourcen bindet. In dem Interview benutzte, Sie haben es schon angesprochen oder angedeutet, Herr Koizumi, den Begriff nördliche Territorien. Das ist der Begriff, der gängige Begriff in Japan für diese Inseln, die Sie meinten. In dem Interview sagt Herr Koizumi ja auch, dass Russland enorme Kräfte abgezogen hat, also de facto eigentlich sich regelrecht militärisch entblößt hat gegenüber Japan, um die Truppen an die ukrainische Front zu geben. Wäre es deswegen nicht eigentlich eher denkbar, dass nicht Russland Japan bedroht, sondern Japan Russland bedroht, das heißt, sich die Insel, die es lange einfordert, dann aufgrund einer militärischen Schwäche? Rein theoretisch kann man sowas konstruieren. Auf der anderen Seite hat Japan einen pazifistischen Artikel in seiner Verfassung, der Artikel 9, der besagt, dass Japan Krieg als Werkzeug der internationalen Beziehungen ablehnt und selber auch keine militärischen Streitkräfte unterhalten wird. Dazu muss man sagen, die Japaner haben die sogenannten Selbstverteidigungstruppen, Boden, See und Luft. Und das ist natürlich ein Militär außer den Namen. Dieses Militär kann eingesetzt werden, aber seit 70 Jahren hält Japan sein Militär extrem zurück, an einer extremen Kurz und Leine. Und die Japaner haben rein gar keinen Appetit auf irgendetwas Kriegerisches. Also sie versuchen im Moment eher zu deeskalieren, auch mit den Chinesen, haben da ein bilaterales Meeting abgehalten vor einem Monat mit Chinesen und den Koreanern, um sich zu besprechen, wie man im Notfall miteinander noch kommunizieren kann. Mit Russland ist natürlich die Verbindung schlecht, aber die zwei haben diplomatische Beziehung. Die russische Botschaft in Tokio, die funktioniert so, wie sie funktionieren soll. Japan hat zwar Sanktionen gegen Russland verhängt, so wie andere westliche Staaten, aber hat keine Waffen an die Ukraine gesendet und verhält sich Russland gegenüber eher ähnlich wie die Schweiz, nicht ganz so freundlich wie Staaten wie Indien, die noch immer Handel treiben. Aber Japan hat null Appetit auf einen militärischen Konflikt überhaupt und ganz bestimmt nicht mit Russland. Also es wäre jetzt auch nicht vernünftig, davon auszugehen, dass die Amerikaner hier den Japanern irgendetwas einreden könnten oder dass die Amerikaner ihre Stützpunkte für sowas verwenden könnten. Also Japan versucht hier definitiv eine Pufferzone zu sein. Es ist schwer anzunehmen, dass die japanische Botschaft in Berlin dieses Interview nicht gelesen hat und es nicht nach Tokio gekabelt hat. Ist Ihnen bekannt, wie auf dieses Interview mit Herrn Koizumi in Japan reagiert wurde? Ob überhaupt reagiert wurde? Das ist mir nicht bekannt, aber wenn ich das Interview lese, dann hat Herr Koizumi eigentlich auch sehr vernünftig geantwortet und es ist wirklich der Spiegel, der hier versucht in der Überschrift Panik zu schüren. Aber die Analyse von Herrn Koizumi, alles in allem stimmt, wie eben gesagt. Also Russland bedroht Japan im Moment überhaupt nicht oder viel weniger als noch vorher. Japan bedroht Russland nicht. Die nördlichen Territorien, das ist ein Disput, aber der besteht seit 70 Jahren, der wird seit 70 Jahren gemanagt. Ich glaube nicht, dass die Japaner dieses Interview in irgendeiner Art und Weise ernst nehmen werden. Also ernst nehmen im Sinne, dass es irgendwelche Probleme machen könnte, weil wie gesagt, was Herr Koizumi sagt, ist auch nicht weltfremd. Die Überschrift des Spiegels ist weltfremd. Bleiben wir dann mal bei den Realitäten, will ich mal sagen. In dem Interview wird ja auch gesagt, dass Japan sich schon seit einer Weile darauf einstellt, militärisch halt besser gewappnet zu sein oder aufzurüsten. Wie sieht das konkret aus? In dem Interview ist zum Beispiel die Rede davon, dass im Zweifel, also im schlimmsten Fall, Japan darüber auch nachdenken müsse, sich mit Atomwaffen auszurüsten, also mit eigenen Atomwaffen auszurüsten, dass Japan dafür technisch auch in der Lage sei, ökonomisch sowieso. Ist das eine Gespensterdebatte gerade oder tatsächlich die etwas elitäre, abgehobene Debatte, die ein Wissenschaftler führt oder ist das ernsthaft in der japanischen Gesellschaft ein Thema? Das ist ein ernstes Thema. Dazu muss man sagen, dass Japan als sogenannte Nuclear Threshold State gilt, also ein Staat, der am Rande der nuklearen Fähigkeiten steht, der militärischen Fähigkeiten, weil Japan hat natürlich sehr viele Atomkraftwerke und die zivile Nutzung von Atomkraft und die militärische Nutzung ist eigentlich eine quasi hypothetische Zweigleisigkeit. Also ein Staat, der es schafft, nukleare Reaktoren herzustellen zur zivilen Nutzung, der kann auch nukleare Waffen herstellen. Der Unterschied ist minimal und es wäre in Sicherheitskreisen in Japan mehr oder weniger davon ausgegangen, dass wenn die Regierung die Entscheidung fassen sollte, nukleare Waffen herzustellen, dann könnte sie innerhalb von sechs Monaten Uranium und Plutonium, welches von beiden auch immer, herstellen, das für Waffen eingesetzt werden kann, dass es innerhalb von weniger als einem Jahr eine japanische Nuklearwaffe geben könnte. Japan hat auch das Know-how für alles, was man sonst noch braucht, also zum Beispiel die Raketentechnologie, die man braucht, um solche Waffen überhaupt einsetzbar zu machen, weil man sie ja nicht mehr mit dem Flieger irgendwo hinfliegen will. Darum ist es schon ernst und es ist auch klar, dass das eine der Gründe ist, warum Japan sicher nie sein ziviles Nuklearprogramm aufgeben wird, einfach um sich die Option zu erhalten, im Notfall eigene solche Waffen herstellen zu können. Das wird ihnen zwar kein japanischer Politiker so öffentlich bestätigen, aber hinter verschlossener Tür ist es ein offenes Geheimnis, dass das etwas ist, was den Politikern und Sicherheitsstrategen hier im Kopf rumgeht, dass, wenn Japan nuklear angegriffen werden würde, dass die Amerikaner nuklear zurückschlagen würden für sie. Wenn dieses Versprechen sich ändern sollte, dann müsste sich Japan ernsthaft überlegen, eigene Waffen zuzulegen. Aber solange die Allianz zwischen den USA und den Japanern so bleibt, wie sie im Moment ist, werden die Japaner sicher einen Teufel tun und nicht eigene solche Waffen herstellen, denn im eigenen Land ist die Stimmung gegen Nuklearwaffen extrem hoch. Also gerade wegen Hiroshima und Nagasaki, weil die Japaner die Einzigen sind, auf die jemals solche Waffen abgeworfen wurden, gibt es hier ein sehr starkes nukleares Tabu. Also dass man sich ja nicht solche Nuklearwaffen herstellt. Darum ist es für keinen Politiker etwas, was er öffentlich machen möchte und wir auch nicht öffentlich gemacht werden. Diese Frage daher ist ernst zu nehmen, aber hängt weniger von den Russen ab, als von den Entscheidungen der Amerikaner. Hat Japan das Potenzial, als eine Art Moderator in diesem Großraum dort zu funktionieren oder ist die Erblast, sage ich jetzt mal so, des Zweiten Weltkrieges, was Japan dort angerichtet hat im asiatisch-pazifischen Raum, noch zu groß, dass man das nicht akzeptiert und Japan mehr oder weniger im Moment mit angezogenem Bauch bloß nicht irgendwo anzuecken, irgendwo gegenzukommen, also nicht zu eskalieren, ist das die Aufgabe oder die Funktion, die sich Japan gerade zuschreibt? Das Simbel mit dem angezogenen Bauch ist gar nicht schlecht. Also das ist eher die Position, in der sich Japan im Moment befindet, wobei man unterscheiden muss. In der hohen Diplomatie und im offiziellen Austausch der Japaner mit den Chinesen merkt man gut, dass Japan im Moment eher die Rolle eines Mediators einnimmt und eben versucht zu deeskalieren und auch versucht, Brücken zu bauen, dort, wo die Amerikaner sie zum Teil abreißen mit ihren Sanktionen auf China. Es gab vor einem Monat, circa anderthalb Monaten, ein Gipfeltreffen zwischen dem japanischen Premierminister, dem Präsidenten Südkoreas und dem Premierminister Chinas, in dem wieder ein relativ langes Dokument verabschiedet wurde, dass man zusammenarbeiten will, dass man auch ökonomisch neue Ziele stecken will, um vielleicht sogar zu einem Freihandelsabkommen zu kommen, dass man seine Differenzen friedlich lösen will, dass man in Sicherheitsfragen auch zusammenarbeiten will, um Eskalationen zu vermeiden. Das war ein relativ langes Dokument. Das ist auch schön zu lesen, weil es zeigt, dass die Japaner und die Chinesen eigentlich zusammen mit den Koreanern den Pazifik managen möchten und nicht eskalieren wollen. Und es steht dann eben im Kontrast zu dem, wie von Amerika aus dann immer wieder diese Eskalationsschritte kommen, dass Nancy Pelosi in Taiwan ist oder dass jetzt US-Sicherheitsberater sich auch in Taiwan befinden und dass hier um Taiwan eigentlich immer weiter ein potenzieller Krieg aufgebaut wird. Da versuchen die Japaner dann eher die Möglichkeit des Austauschs auch wieder herzustellen. Vor einem Jahr wurde auch beschlossen, dass zwischen den zwei Verteidigungsministerien Japan und China eine Hotline geben soll, damit sich die Verteidigungsminister direkt anrufen können im Falle eines Zwischenfalls irgendwo, dass man klären kann, was passiert. Und das ist eine Rolle, die Japan im Moment sehr ernst nimmt, weil wie gesagt, wenn um Taiwan ein Krieg ausbrechen sollte, dann wäre Japan sofort in Mitleidenschaft gezogen, weil Japan so viele US-Stützpunkte hat, von denen aus dann wahrscheinlich logistischer Support geleistet werden würde, was dann im Umkehrschluss Japan auch wieder oder diese Basen zu einem potenziellen Angriffspunkt für die Chinesen macht. Also das ist eine delikate Situation, aber ich sehe im Moment die Japaner eher dabei, nicht als Speerspitze der Amerikaner zu fungieren, sondern umgekehrt, sie versuchen zu deeskalieren und die Entscheidung, die letztes Jahr gefällt wurde, dass jetzt die Sicherheitsdoktrin geändert wird und dass doppelt so viel Geld für Verteidigung ausgeben will und dass man unter Umständen sogar Ziele im Ausland angreifen könnte. Und was eine große Änderung dieser Strategie ist, die ist aber dahin zu verstehen, dass die Japaner sich auch Sorgen drum machen, dass eben die Amerikaner irgendwann sich zurückziehen könnten und dass sie dann selber viel mehr machen müssen und jetzt schon beginnen müssen, Kapazitäten aufzubauen. Also ich sehe die Japaner hier eigentlich quasi eingequetscht und sie versuchen im Moment herauszufinden, wie man in dieser neuen multipolaren Welt sich richtig bewegen soll. Wobei auch stimmt, die historische Erinnerung an Japan als ein militärischer Staat ist vor allem in Südkorea noch extrem präsent, dass Japan militaristisch ist. Die Chinesen haben das natürlich auch noch sehr in Erinnerung, wobei dort die Perzeption der Zivilbevölkerung, der generellen Bevölkerung wahrscheinlich sehr viel negativer ist als das, was man alles aus der hohen Politik von Peking herkommen sieht, weil von da sehe ich eher die Hoffnung auf Zusammenarbeit mit Japan als das Schüren von Angst vor Japan. Droht Japan das gleiche Schicksal wie der Ukraine, fragte der Spiegel vor wenigen Tagen den japanischen Militäranalytiker Yu Koizumi. Wir haben dieses Szenario mit dem Associate Professor für Neutralitätsstudien an der Universität Kyoto, Pascal Lothar, erörtert. Und er hat, wie ich jetzt finde, Entwarnung gegeben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lothar. Ich danke Ihnen. Sie hören Kontrafunk aktuell. Unsere Sendezeit für heute ist fast wieder vorbei, aber wie immer bleibt noch Zeit für einen Hinweis auf unser Programm und zwar auf unser spezielles Programm in diesem Sommer. Ich darf Sie außerdem im Namen unseres Kollegen Matthias Matussek wieder um Zuschriften mit Fragen, Kritik und Hinweisen bitten, die er in seiner Sendung am Freitag auf gewohnte Weise umrangt mit Musik, die er mag, beantworten will. Schreiben Sie dazu bitte an matussek.kontrafunk.radio Matussek mit Doppel S und nur einem T. Wenn Sie uns ganz grundsätzlich etwas zu unserem Programm mitteilen wollen, dann ist info at kontrafunk.radio die richtige Adresse für Sie. Damit bedanke ich mich wieder für Ihr Interesse und Ihre Treue und in der Hoffnung, dass Sie uns auch weiterhin gewogen bleiben mögen, wünsche ich Ihnen und mir ein herzliches Auf Wiederhören. Ihr Andreas Peter Der Sommer im Kontrafunk Ihr Radio In den Bergen, am Meer oder einfach zu Hause Altes und Neues Unsere schönsten Sendungen In den Bergen, am Meer In den Bergen, am Meer